Insa TV, Land und Leute sind unsere Stars. Die Energie Riedlu zur Pressekonferenz, um die ab 1. Jänner geltenden Strompreise bekannt zu geben. 35,88 Cent pro Kilowattstunde wird demnach der Tarif für den Haushaltsverbrauch ausmachen. Ausgenommen, davon ist die vom Staat Österreich beschlossene Stromkostenbremse bis 2.900 Kilowattstunden pro Jahr. Wer zum Beispiel 3.500 Kilowatt Strom pro Jahr verbraucht, muss mit einem Mehraufwand von 31 Euro pro Monat rechnen. Seit 1. November ist Ingenieur Friedrich Föttinger neuer Energie Ried Geschäftsführer. Viel Energie ist notwendig, um in Ried die Energie fortzuführen. Kann man das so sagen? Ja, es ist natürlich viel Energie notwendig in allen Arten, aber ganz besonders sollte man einfach die Passion haben, dass man sagt, man will was bewegen, egal in welchem Job das man ist. Und natürlich gerade als Chef der Energie Ried ist ganz, ganz notwendig. Und das Vertrauen in seine Mitarbeiter. In die Problematik Energie Ried seit einem Jahr, seit eineinhalb Jahren beinahe, ist auch diese Krise jetzt hineingebrochen. Das heißt, zwei enorme Belastungen für das Unternehmen. Ja, stimmt genau. Es sind sicher zwei enorme Belastungen. Die eine Belastung haben alle Energielieferanten oder haben wir Bürger in Summe zu spüren. Die zweite ist für mich natürlich zeitlich abgesteckt. Das ist Vergangenheit. Noch vorne haben wir nur mehr eine Krise zu bewältigen. Und die lautet, wie schaffen wir die Energiewende bis 2030, bis 2050 zum Thema erneuerbare Energie vor Ort. Der Preis für die Energie, für elektronische Energie in Zukunft für das kommende Jahr ist heute bekannt gegeben worden. Er war bisher immer mit über 40 Cent gehandelt worden. Jetzt, wie ist es möglich geworden, ihn doch um fünf oder sechs Cent runterzubringen? Es ist wie immer im Leben. Man muss schauen, welcher Gürtel passt. Wo kann man nur entsprechend was einsparen? Wie kann man denn einkaufen? Nur einmal wirklich nachtunen für das Lieferjahr 2023. Und da haben die Mitarbeiter super Arbeit geleistet. Und das ist genau das Ergebnis, das wir heute präsentieren durften, dass wir da entsprechend weit unten liegen, auch wenn die Erhöhung entsprechend zu spüren ist. Aber wir haben uns sehr bemüht und sind sehr glücklich, wenn wir unsere Kunden halten können. Es heißt immer, Riet sei kein Energieproduzent. Aber mit der Geothermie ist man ja schon ein großer Energieproduzent geworden. Ja, beinahe einer der größten in Österreich in diesem Segment. Zum Thema Wärme sind wir im Bereich Geothermie der größte Produzent in Österreich, der aus dieser Form, nämlich Erdwärme, Wärme für den Raum schafft, für die Bevölkerung und auch natürlich für Industriebetriebe oder für das Krankenhaus Riet. Auf das sind wir sehr stolz. Auf der anderen Seite sind wir kein Produzent. Man lässt ja gerne immer das Vermischen zwischen Energie gleich hin zur elektrischen Energie. Dort bedienen wir uns dem freien Markt. Aber auch andere Produzenten geben ja dort ihre Erzeugungen am freien Markt ab, um sie entweder wieder selbst zu beschaffen oder an Dritte zu verkaufen. Also da sind wir nicht um so viel schlechter gestellt. Wenn man ein Altwasserkraftwerk hätte, kann man natürlich einen Produktionspreis primär durchrechnen. Das machen aber die Produzenten nicht. Das sieht man bei anderen Marktteilnehmern. Bisher waren Sie im Raum Welz tätig. Jetzt sind Sie in der Sonnenregion Riet. Es ist genau in der Mitte von Grießkirchen nach Welz sind es 25 Kilometer. Von Grießkirchen nach Riet sind es auch 25 Kilometer. Der Vorteil von Riet ist, man fährt mit der Sonne und man hat die Sonne in Riet. Das habe ich schon bemerkt nach den ersten Tagen. Riet's Bürgermeister Bernhard Zwiriener über die Situation im Rieter Energieunternehmen. Herr Bürgermeister, der neue Geschäftsführer wurde heute hier präsentiert. Mit ihm auch gleich der Strompreis ab 1. Jänner. Zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, auf alle Fälle. Wir haben gut kalkuliert. Die Energie Riet hat gut kalkuliert. Und das Wichtigste ist, dass wir uns neu positionieren, neu aufstellen nach diesen turbulenten Zeiten, damit es mit Riet und dem stadteigenen Unternehmen gut weitergeht. Das ist ja der eine Teil, die Strompreisgestaltung aufgrund der neuen Situationen. Die andere Seite, WKStR, nach wie vor am Recherchieren und damit eine Behinderung für die Entwicklung der Stadtgemeinde Riet. Naja, das müssen wir alles abwarten. Wir wollen ja Aufklärung zu 100 Prozent. Das dauert seine Zeit. Und bis dahin, bis das nicht aufgeklärt ist und das Ergebnis vorliegt, können wir auch aus der Energie Riet nichts entnehmen. Strompreisunterstützung aber auch für einige Menschen in Riet angesagt? Ja, mit der Caritas, der Stadt Riet und der Energie Riet zusammen schauen wir, dass wir die Ärmsten und die, die es wirklich notwendig brauchen, auch unterstützen werden. Mit Energiepreisgutscheinen für die Energie Riet, für den Strombezug, für den Energiebezug, damit in Riet das Licht nicht ausgeht in den Wohnungen und die Wohnungen warm bleiben. Es wird auch einen Gutschein geben, der heute präsentiert wurde? Ab 1. Jänner gibt es den Gutschein und zwar bei der Stadtgemeinde und der Caritas. Die Details hierzu werden noch erarbeitet. Sollten die Einkaufspreise für Strom längerfristig sinken, wird die Energie Riet automatisch und auch gesetzlich vorgeschrieben, ihre Energiepreise wieder senken. Mitarbeiter, habe ich schon gesagt, jeder, der gerne an der Energiewende mitarbeitet, jeder, der einen hat, der gerne bei uns in die Lehre geht. Wir sind das erste Mal ausgezeichnet worden von der Wirtschaftskammer in den letzten Tagen als entsprechend Top-Lehrbetrieb in Oberösterreich. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben derzeit elf Lehrlinge im Haus, davon zehn im Bereich Elektrotechnik, einen Lehrling im Bereich kaufmännische Lehre. Und wir sind sehr froh, wenn Sie da wieder entsprechend die Leute melden. Wir suchen wieder fürs kommende Jahr. Und ich glaube, dass es ein Top-Ausbildungsplatz ist. Wir sehen es, dass wir nicht alle halten können nachher, sondern dass unsere Marktbegleiter uns einiges wegsaugen. Darum ist es wichtig, dass man die entsprechend den Lehrberuf weiter unterstützt. Wir werden wieder welche nehmen. Das ist auch ein Punkt, wo wir sehr stolz drauf sind, dass wir da als Top-Lehrbetrieb von der Wirtschaftskammer ausgezeichnet worden sind.